Kampf gegen Wohnungsnot. Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut hat sich gegen eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer ausgesprochen. Das sei mit Blick auf die Wohnungssituation kontraproduktiv, sagte sie am Samstag beim Verbandstag von Haus & Grund Württemberg. Die Ministerin sieht zugleich eine positive Entwicklung. Es wird mehr gebaut in Baden-Württemberg, die Zahlen steigen, aber wir haben eben auch zum einen, weil einfach auch hier die Wirtschaft sehr stark ist, wir haben auch eine große Binnenwanderung. Besonders in Stuttgart hatte sich der Wohnraummangel zuletzt verschärft.